Ja meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, einfach mal wieder am Start und zwar mit der nächsten kleinen Vorstellung und zwar von den drei Smartphones, die ihr hier gerade so seht und mal kurz drüber tippen, damit die nicht aufhören zu leuchten. Einmal dem POMP W88, einmal dem ZDE Grand S Lite bzw. S118 oder dem Dodgy Leo DG 280 und zwar geht es heute mal um die Prozessoren, die verbaut sind und zwar gibt es ja seit geraumer Zeit den günstigen Chip-Hersteller von also Mediatek, den günstigen CPU-Hersteller, sagen wir es mal so und Chip-Hersteller und ich will euch mal was Lustiges darüber zeigen, was Interessantes, was man mit CPU-Z herausfinden kann. Vielleicht kann man das gleich mal so sehen, ich will mal ein bisschen versuchen näher heranzugehen. So, versuchen wir das Ganze mal so ein wenig aufschlussreich darzustellen. Wir haben hier drei verschiedene Smartphones mit drei verschiedenen CPU-Kernen und zwar alle von der Firma Mediatek drin und mit unterschiedlichen Taktoren. Einmal hier den 6589, dann hier nochmal den 6589T und dann den 6582, die ganz neue CPU-Generation. Was darin interessant ist, das sind alles China-Smartphones, also wie gesagt, nicht vom deutschen Markt, die kann man dann bloß über die deutschen Lager kaufen, aber das Interessante daran ist, dass die China-Smartphones immer schön die krassere Technik verbaut hat für einen sehr günstigen Preis, wie man mal so sieht. Man kann jetzt hier natürlich nicht mit einem iPhone-Prozessor mit einem, ich glaube A7 oder A8, Cortex war das glaube ich, kann man das Ganze natürlich nicht vergleichen. Hier haben wir jetzt an der Stelle natürlich auch einen ARM Cortex A7 verbaut und zwar hier ist der 1,7 drin, hier der A7 auch und hier der A7 auch, aber alle unterschiedlich getaktet. Man muss natürlich sehen, dass Android-Smartphones natürlich die Reichweite der Apps viel größer ist als beim iPhone. Beim iPhone wurde alles für ein Gerät konzipiert und entwickelt. Hier ist es natürlich andersrum. Hier konnten die Entwickler natürlich mehr Ressourcen in eine App reinstecken, beziehungsweise ein Smartphone hat mehr Ressourcen als es überhaupt braucht. Will ich jetzt mal darauf hinaus und zwar von Mediatek, wie gesagt, das ist durch CPU-Z möglich, dass man das auslesen kann. Auf dem alten Pomp W88, der 6589 ist der Prozessor, wie der hier auch, allerdings in der normalen Ausführung, die Taktung ist bei 1,2 GHz und dann gibt es den 6589T. Der ist mit 1,5 GHz getaktet. Hier sieht man ihn mit 1,51 GHz und dann gibt es den neueren, den 6582. Der deutlichste Unterschied zwischen den CPUs hier natürlich ist, wir haben hier bei dem Pomp W88 einen 720p-Display, hier ein Full-HD-Display und bei dem neuen haben wir jetzt ein 854x480, alles IPS-Displays, wollte ich sagen. Alles sind IPS-Displays. Die Helligkeit ist jetzt bei allen ein bisschen unterschiedlich eingestellt, wobei man merkt, dass beim Pomp, auch wenn ich jetzt hier die Helligkeit mal hochschraube, eigentlich schon anders aussieht als bei den anderen. Es kann natürlich sein, weil die Handys hier neu sind und das Pomp ist schon zwei Jahre alt. Weiß ich nicht, ob man das dann so deutlich sieht, dass es alles ein bisschen von der Farbwiedergabe, alles anders angesteuert wird. Ich finde, das hier ist noch am, also hat den weißeren Hintergrund und hier sieht alles so ein bisschen gelblich aus. Kann sein, dass es daran liegt, dass das Gerät hier schon ein paar Stunden gelaufen ist, möglich. Ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, wir haben eigentlich hier bei beiden den selben Prozessor, haben aber wieder bei Antutu oder bei den verschiedensten Benchmark-Tests die verschiedensten Ergebnisse. Und zwar, wenn man hier mal so reinschaut, habe ich jetzt mir hier mal den Quadrant runtergeladen, wenn ich ihn finde, da ist er, da ist er und hier drüben müsste er auch sein. Und wir wollen mal spaßhalber überall denselben Test durchführen, um mal zu sehen, wie die Geschwindigkeit der Smartphones rasant voranschreitet. Und ihr seht, ich habe das rechte, das Dodgy, als letztes angetippt und es ist trotz alledem schneller. Wie kann das Ganze sein? Das habe ich mich auch gefragt, habe mich dann hinterher ein bisschen belesen. Und das alte Pomp W88 ist am, also es ist die Krücke eigentlich schlechthin. Also es ist wirklich so langsam. Ich habe es als erstes angetippt und es geht trotzdem durch. Hier haben wir jetzt 50 Frames, hier haben wir 60, hier hatten wir auch 60. Jetzt gucken wir mal, wie die jetzt hier laufen. Hier 62, 60, 50. Jetzt haben wir 53. Jetzt fängt der hier an. Hier haben wir 53. Das ist der T-Prozessor, der hat 60. Ist also doch ein bisschen schneller. Das Pomp ist bei 50 Bildern jetzt gerade. Das seht ihr jetzt zwar nicht, aber es ist tatsächlich so. Und jetzt hier ist es auch bei 50 Bildern. Ich versuche das, wie gesagt, alles auf einen Bildschirm zu kriegen. Aber was interessant war für mich, sind die Endergebnisse. Und das habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, wieso die Ergebnisse so krass verteilt sind. Also die Ergebnisse sind so unterschiedlich hoch. Wir haben jetzt hier das Pomp W88 mit 3.726 Punkten angegeben, wo ich mich echt gefragt habe, was ist da denn los. Das ist zwar schon eine Weile alt, hat auch eine Menge Apps drauf. Das ist richtig. Aber ja, na gut. So, dieses Handy hier zum Beispiel hat jetzt noch nicht viel Apps drauf. Ist eigentlich out of the box. Hat jetzt Antutu und Quadrant drauf und noch ein, zwei andere Apps. Hat 5.700 Punkte. Das heißt 3.700, 5.700. Sind schon mal 2.700 Punkte hier mehr. Und dann kommt der Kracher. Und das war das, was mich so verdutzt hat. Das neue Dodgy hat 9.702 Punkte. Das heißt, es ist dreimal so schnell wie das alte Pomp W88. Und es ist fast doppelt so schnell wie das ZTE S118. Also das ist schon respektabel. Interessant wird es, wenn man sich das Ganze mal im Detail anschaut. Ich weiß gar nicht, das könnt ihr glaube ich gar nicht so sehen. Wir versuchen es einfach mal, ob man es sichtbar hinbekommt. Wenn ich jetzt die Helligkeit bei den einzelnen Telefonen wieder runterschraube, indem ich jetzt die auf automatisch stelle. Und dann muss ich mal gucken. Na gut, hier kann ich es jetzt nicht auf automatisch gerade stellen. Müsste ich wieder ins Menü reingehen? Ne, das kann man dann gar nicht, glaube ich, lesen. Ein bisschen heller muss das schon. So, gucken wir mal. Ne, man kann es trotz alledem noch nicht lesen. Auf jeden Fall, mal gucken, könnte man es jetzt lesen, wenn ich es abdunkle? Auch nicht. Auf jeden Fall kann ich mal vorlesen, haben wir jetzt hier Pomp W888. Das alte Smartphone hat beim CPU 8117 Punkte. Das ist schon gut mit 1,2 GHz getaktet. Das 1,5 GHz, alles Quad-Core-Modelle, muss man dazu sagen. Alle vier Kerne. Hat 16.176, ist also doppelt so schnell, obwohl es eigentlich nur 300 MHz pro Prozessor mehr hat. Und der Kracher ist, bei der CPU kommt das Doji an mit 38.000 Punkten. Das ist der Oberkracher, habe ich gedacht. Obwohl der Prozessor ja an sich, naja, langsamer ist mit seinen 1,2. Okay, hier 1,2, hier 1,5, hier 1,3. Ist doch eigentlich der 1,5 weitgehend schneller, aber trotzdem ist der hier besser. Wisst ihr, Freunde, woran das liegt, um jetzt die Auflösung mal zu bringen? Alles unterschiedliche Displaygrößen, beziehungsweise hier 720p, Full HD 1080p und wie gesagt 854 x 480. Das entscheidet unheimlich krass, wie doll eure CPUs ausgelastet sind. Und normalerweise wurde auch der Prozessor, muss ich ganz kurz nachgucken, dass ich jetzt nicht falsch sage, der 6582, wurde entworfen, um damit die Kleinstgeräte laufen zu lassen. Hier, das ist 4,5 Zoll, 5 Zoll, 5 Zoll. Das muss man immer noch bedenken. Interessant wird es dann daran, wenn man hier weiter in die Grafik reinguckt. Das ist jetzt hier alles relativ gleich, hätte ich fast gesagt. Aber wir gucken mal, wir haben jetzt hier bei dem Pomp und bei dem ZDE haben wir PowerVR SGX 544 MP und hier haben wir zum Beispiel die Mali 400 MP. Die kriegt man ja in vielen Tablets auch schon. Das heißt aber, dass die Mali natürlich viel besser ist als die PowerVR SGX. Kommt natürlich immer auf die Taktung drauf an. Das ist immer noch ganz interessant. Hier kann man dann nochmal schauen, welches Gerät hat wie viel Speicher. 1 GB hat das Dodgy, das Pomp hat auch 1 GB und das ZDE hat 2 GB Hauptspeicher. Das ist schon mal sehr gut. Da sieht man auch nochmal die Displayauflösungen an sich. Vielleicht kann man das Ganze nochmal ein wenig, doch, so müsste man es eigentlich gut erkennen können. Hier 1280 x 720, da 1280 x 1080 und hier 854 x 480. Hier wird angegeben 4 Zoll und hier 4,59, obwohl das 5 Zoll Geräte sind und das hier ein 4,5 Zoll Gerät. Ja, was kann man dazu großartig noch sagen? Das Interessante daran ist die DPI. Das ist jetzt hier, wie gut der Screen ausgeleuchtet ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Da ist hier das 320 DPI schon recht gut. 480 ist natürlich für Full HD perfekt. Oder es geht natürlich auch noch besser, aber es ist sehr gut schon. Und 240 ist ja ein kleines Display und mit geringer Auflösung, wobei die Displays eigentlich in der Grundphase relativ gleich aussehen, weil man ja wie gesagt, wenn man jetzt hier ins Hauptmenü reinguckt, nicht den Unterschied auf Anhieb erkennen kann, dass das hier kein HD Display ist. Das ist halt wie gesagt zusammengeschrumpft und dadurch sind die Pixel von der Sache her natürlich auch nicht so großartig zu erkennen. Ja, wie gesagt, das ist das Interessante daran. Verlasst euch bei eurem Smartphone nicht immer nur auf die CPU-Werte, dass ihr dann sagen müsst, Mensch, ich gucke hier nach meinem Antutu Benchmark-Test und da wollte ich gerade mal gucken, den wollte ich doch eigentlich hier auch nochmal. Hier habe ich ihn, glaube ich, nicht drauf, aber hier können wir es mal als Vergleich laufen lassen. Welche Punkte wie viel bringen, das ist immer recht interessant, na klar, aber bringt trotz alledem noch nicht viel. So, gucken wir mal hier beide mit Antutu. Da hat doch tatsächlich das Smartphone jetzt 20.656. Das Pomp hatte, glaube ich, 13.000 oder so. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir lassen einfach mal das Grand S Lite beziehungsweise das ZTE S118 laufen. Ist ja beides dasselbe. Das Dodgy, das hat mich auch verwundert. Ich dachte, wie kann es denn sein, dass das Dodgy so extrem viele Punkte abräumt, dass nicht mal das ZTE rankommt. Ich glaube, wie gesagt, 12.000 bis 13.000 Punkte, sagen wir grobe 15.000 Punkte oder so 14.000, 15.000 Punkte hat das Pomp mal gehabt. Das soll laut Internet ungefähr auf so 17.000 Punkte kommen und dieses hier, was einen schwächeren CPU hat sozusagen als die Turbo-Version, soll doch tatsächlich mehr Punkte haben. Daran will ich bloß sagen, wenn man sich das Ganze so anschaut im Ranking, man sollte hier nicht nachgehen, das Galaxy Note 5 hat natürlich weitgehend über 50.000 Punkte, das S6, dann hier irgendwelche anderen Xiaomi Phones, Sony Xperia Z4 und dergleichen. Alles schön und gut, alles interessant. Problem daran ist bloß, das ist alles, das sind Daten vom Papier und wenn ihr Papierdaten natürlich habt, bringen die euch natürlich von der Sache nicht weiter. Bedeutet also nicht immer nur sein Handy danach auswählen, welcher CPU der beste ist, sondern man sollte auch mal reinschauen, wie die Phones miteinander klarkommen. Wenn man natürlich eine geringere Displayauflösung hat, braucht man weniger Prozessor-Power. Hat man natürlich nur 720p, reichen 1,2 Gigahertz im Quad-Core aus, das ist top. So, hier können wir mal ganz kurz gucken. Das können wir auch ohne Ton machen. Und wenn man 1,5 Gigahertz hat, dann ist natürlich auch der Quad-Core in Ordnung, wenn man das Ganze natürlich so sieht. So, hier haben wir jetzt natürlich einen 3D-Test, wie gesagt, mit dem 6589T, also die Turbo-Version 1,5 Gigahertz und es ist ein absoluter Lacher im 3D-Test, weil hier gar nichts zu sehen ist mit dynamischen Schatten und dergleichen. Da konnte man jetzt den 3D-Test mal sehen vom Antutu-Benchmark, den man sich jetzt neu runterladen kann. Bringt natürlich überhaupt gar nichts, weiß ich auch. Aber mal ganz ehrlich, diese Smartphones sind dafür da, damit man mal Videos gucken kann drüber, Filme gucken kann, vielleicht YouTube oder auch, wenn man lange weilt, Spiele zocken oder mal mit seiner Kamera ein paar gute Fotos machen. Und wenn so ein Smartphone schon, wie gesagt, Full-HD hat, ich vergleiche es mit meinem Galaxy S4, das hat auch Full-HD, hat einen 1,9 Gigahertz Quad-Core drin, der hat hier 1,5 und trotz alledem ist die Grafikkarte natürlich im Galaxy S4 weitgehend besser und da wollte ich euch bloß mal drauf aufmerksam machen, wie krass heftig eigentlich die Unterschiede sind, so von den einzelnen Prozessoren. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen hier. Der bringt das ganze Smartphone hier zum Wackeln. Müssen wir das Ganze mal einfach hier crashen. So habe ich das euch mal gezeigt hier vom Quadrant her. Das ist so eigentlich ein effektives Programm, womit man testen kann, aber man kann es natürlich auch nicht verallgemeinern. Aber im Endeffekt ist es trotzdem eine super Sache, um seine Smartphones zu vergleichen. Mir ist es immer wichtig, dass die Smartphones die Grundaufgaben erledigen können. Das kann so ein normales Gerät immer noch und man braucht keine High-End Octa-Core CPUs mit 2,5 Gigahertz. Das ist was für Rechner, für Desktop-PCs oder Laptops, aber nicht für den Smartphone-Bereich, da ist das Ganze einfach übertrieben. Denn so schnell wird man die Power, wie gesagt, nicht ausreizen können. Das nun mal dazu und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder App-Review. Bis dahin, auf Wiederschauen!